Ich bin euer heutiger Tagesschau-Menschab, so zu sagen, ähm, äh, heute wussten wir, also gestern wussten wir nicht, was wir genau machen würden heute, weil wir jetzt sozusagen alle verletzt haben und dann sagten wir, wir gucken noch mal ein paar Filme über den DDR. Dann sind wir jetzt erstmal zum Pantablanca an der Ottostrafe gegangen und sie war halt ein Film von sich zu Hause geholt, das heißt, äh, wer hat ihn noch nicht? Adula. 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 Und, äh, der heißt halt seinen Hund in so einer Augen, das war Plakete. Sein leisem Arm. Und dann, äh, dann greift er halt auch auf der Sterne und, ja, dann, äh, da haben wir uns zwei Folgen, dann haben wir jetzt immer noch mal zur Bibliothek auf der Königsbrücker Strafel gegangen und haben Lollik und Bollik aufziehen und sehen, äh, hier. Lollik und Bollik! Dann haben wir das alles noch ein bisschen ausgewählt und besser gefühlt und wir als Kleinen bauen und so und, ja, tschüssi!